Und die Giants bisher noch ohne Treffer aus dem Spiel heraus, das war dann, Schönbon ist frei. Und Karl sieht unter Layup die zwei Punkte jetzt wiederkommen, einfach um zu verhindern, dass er sich jetzt in diesem dritten Viertel noch sein fünftes persönliches Foul abholen. Kutschmann, ab, wieder gutes Bäumeumchen, da hat Kata eben getroffen, da schießt er jetzt wieder. Belastet, wie gesagt, vier sitzt deshalb auf der Bahn, Grober drei, der spielt noch. Lass schon nie gesehen, haben die Gäste gut umspielt. Der passt allerdings nicht gut, Kata ist durch, Kata schleppt ihn nach Hause. Also in dem Pass kam natürlich keiner ran, Kata. Linsen. Bessic ist da für den Offensiv-Rebound. Kata, klar nimmt er den, klar. Ja, ja. Kata, oh da war Ligang, was völlig frei, jetzt hat er gesehen und das sind die ersten Punkte. Oh, na, am Schrittfeder. Kata. Und Kata. Alex Bessic. Gute Verteilung von Kata. Und... Kata. 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 Nimmt den nächsten Dreier und trifft auf den. Was soll es wachsen? Kata pick'n'roll mit Treyhoff, der ist jetzt völlig frei, hat den Lay-up, Blick auf dem Feld. Merkens, der, haben sie auch zwei gefunden heute. Rebound Kata. Und den Weg da rein. Das ist Kata. Nimmt direkt mal den drei ersten Krankenjäg. Schoenbomb läuft sich frei. Hinten lassen ihn nur noch zehn Sekunden auf der Uhr. Gute Defense der Gäste. Treyhoff. Guck mal, ob er heute ähnliches Herz aufliegt. Und der zählt. Ja. Hat den Offensiv-Rebound. Lürfen dann aber fett. Weg. Und klasse Einsatz von Michael Kutzmann. Auf den Ball zu springen, auch ein Hecht, wo mal die Leute rein, mal da hinspringen, wo es vielleicht wehtut. Ich meine, warum es nie mit zehn Minuten läuft. Gute Verteidigung. Kata. Auch mit Treyhoff. Kata, noch neun Sekunden. Nimmt er wieder. Und trifft er wieder. Schön. Ja, Entschuldigung. Er steht hier ja quasi schon auf den Füßen. Wenn er noch der. Achtung, jetzt steckt's ein. Ja. Schönborn lauert rechts. Schönborn lauert immer noch. Kutzmann nimmt ihn. Kata, schönborn lauert wieder da links. Stattdessen nimmt er selber. Heutzugang der Giants aus Trier gekommen. Schön gekurlt. Raus auf Kata, der völlig frei. Ball auf Linsen. Pick'n'Roll. Genau richtig. Spätestens übernächste Woche wieder dabei ist. Aber es ist eben eine Muskelfaser. ähm, eine Geschichte, wo man auf jeden Fall nicht zu früh gelassen hat. Stark in die Fenster von Kata, Jepards. Fünf Sekunden noch auf der Uhr nimmt er wieder. Der macht auch der es ab. Und Schirm ist ein freier Layup da. Wunderbar gespielt. Leganko war's. Die Antwort. Jawohl ist immer da ist. Allerdings auch wunderbar. Wird sich zwei Minuten finde ich die Offense der Giants viel zu statisch. Knapp könnte man auch über drei Sekunden nachdenken. Davon hat wird es aber egal. Wunderschöner wie Heidelberg passt. Na, an den acht Sekunden. Einer ihn anpackt. Da zum Korb gehen. Von Kerry, jawohl. Gerade da innerhalb der Zone. Schöner Backdoor-Cut. Jetzt wartet er auf Kata, der ist da. Mach mal einen jetzt. Ja, er ist dabei. Wieder gute Verteidigung bei den Bayern. Schönborn. Nassioni, frei. Nassik, Kata, Nassioni vollkommen frei. Da kommt er auch an und... Noch zehn Sekunden. Sie suchen Martin Ninsen. Und Kata tippt ihn rein.